Die Abkündigungen für die kommende Woche. In diesem Jahr wird unser Weihnachtsbasar online stattfinden. Wenn Sie etwas dafür herstellen möchten oder beim Einsammeln und Verteilen der Produkte mithelfen möchten, melden Sie sich bitte bis zum 20. November bei Lianne Grumman unter bazaar at martinluther.ca. Die deutschen Gemeinden in Nordamerika schließen sich dieses Jahr zu einem Weihnachtsprojekt der Aufnahme des Weihnachtslieds O Du Fröhliche zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pastorin Annika Klappert. Ihre Aufnahme können Sie online bis zum 30. November einsenden. Die nächste Dinner Church wurde auf Donnerstag, den 25. November verlegt. Bowls and Blessings findet montags und freitags um 12 Uhr statt. Am kommenden Sonntag findet um 11 Uhr ein zweisprachiger Gottesdienst statt. Herzlichen Dank an Familie Mandau-Beuys für die schönen Blumen in Erinnerung an Annika und Wilhelm Mandau. Weitere Informationen über unsere Veranstaltung finden Sie auf unserer Webseite.